Vom Kollegen für Kollegen. Das neue Partnernet des Tourismusverband Ostbayern. Der Tourismusverband Ostbayern deckt so ein großes und auch vielseitiges Gebiet ab, dass wir Mitglieder oft gar nicht so genau wissen, welche Projekte die einzelnen Gemeinden, Touristiker oder Gastgeber vorantreiben. Und seit ich jetzt das neue Partnernet vom TVO nutze, weiß ich nicht noch Bescheid, was meine Kollegen so machen. Ich habe auch einen viel besseren Eindruck darüber gewinnen können, welche gemeinsamen Ziele wir verfolgen. Und selber bin ich natürlich auch mittlerweile als Autor registriert und kann auch über Themen und Veranstaltungen berichten, die einen Mehrwert für alle Mitglieder bieten. Egal ob ich unterwegs bin oder im Büro sitze, ich bekomme immer eine Benachrichtigung, sobald auf der Partnernetzeite ein neuer Beitrag veröffentlicht wird. Ich bekomme Informationen zu Terminen, den Stand von aktuellen Projekten oder Informationen zu Ausschreibungen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist dies ein klasse Mehrwert. Das Partnernet Ostbayern ist ein total wichtiges Instrument für alle touristischen Player in Ostbayern. Wir liefern Informationen und versuchen einen Wissentransfer herzustellen. Jeder kann daran teilhaben, kann seine tollen Projekte einstellen. Ostbayern ist groß, von Passau bis kurz vor Nürnberg, von der tschechischen Grenze bis Landshut. Und so weiß jeder, was wir machen und was die Partner da machen und kann voneinander lernen. Das neue Partnernet des Tourismusverband Ostbayern. Von Kollegen für Kollegen. Jetzt kostenlos nutzen, ganz ohne Anmeldung. Öажу mal einen Spiegel hin. Das neuenar-G mooische Planung. Wo egy ob